Willkommen bei der Webshow zu Unterfremddecken mit Paula Lambert und mir, Kilo Muschke. Ja, ich gucke die ganze Zeit fasziniert auf deine Studienergebnisse aus Schweden. Mein Treffen mit einem Schweden war nämlich relativ kurz und sehr unspektakulär. Wir sehen hier in unserem, wie heißt das denn, die ganzen Tweets, die reinkommen, dass wir offensichtlich ein Ehrenhonorar vom schwedischen Fremdenverkehrsamt verlangen sollten. Ich bin bisher nie auf die Idee gekommen, extra nach Schweden zu reisen. Denn in der Umfrage, die wir hier live mitgeschaltet haben, die Umfrage hat ergeben, dass 51 Prozent der Zuschauer, die da mitmachen, gerne mal nach Schweden fahren wollen würden, um dort Sex zu haben, was erstaunlich ist. Zu dieser Umfrage ganz kurz als Information, wenn ihr dort mitmacht, das ist alles anonym und wir hoffen, dass ihr zahlreich mitmacht, denn die Ergebnisse überraschen uns auch. So wie die Ergebnisse überraschend bei Unterfremdendenken waren, wie zum Beispiel, dass du in Frankreich festgestellt hast, dass Fremdgehen absolut legitim dort ist in dem Land. Ja, also es gibt ja dieses alte Klischee vom guten, erfolgreichen französischen Verführer. Und ich dachte, es ist genauso affig wie Frauen, die mit Baguettes unterm Arm über die Straße laufen. Aber es gibt sie tatsächlich und die Männer dort geben einer Frau das Gefühl, dass sie genau jetzt in dem Moment wirklich die absolut fantastischste, schärfste Braut ist, die überhaupt rumläuft. Was natürlich ein ziemlich angenehmes Gefühl ist und ich muss sagen, liebe deutsche Männer, da könnt ihr euch noch ein bisschen was von abschneiden.